Das kürzliche Treffen zwischen Viktor Orban und Ursula von der Leyen hat in ganz Europa eine Welle von Diskussionen ausgelöst. Was als diplomatisches Gespräch begann, entwickelte sich schnell zu einem Machtkampf zwischen zwei der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten Europas. Orban, bekannt für seine klare nationale Politik und den Schutz der ungarischen Souveränität, stellte von der Leyen offen in Frage und kritisierte die von ihr geführte EU wegen ihrer gescheiterten Migrationspolitik. Dieses Treffen enthüllte nicht nur die tiefen Gräben zwischen Brüssel und den nationalistischen Regierungen in Europa, sondern verdeutlichte auch die Schwächen von der Leyen's Führung. Von der Leyen wird zunehmend als Symbol für die Krise der EU gesehen. Seit ihrer Amtsübernahme hat sie es nicht geschafft, die zentralen Herausforderungen der Union zu bewältigen. Insbesondere die Migrationsfrage, die Europa seit Jahren spaltet, bleibt ungelöst. Orban hingegen ist die Stimme des Widerstands. In Ungarn hat er klare Grenzen gesetzt und die illegale Migration nahezu vollständig gestoppt. Im Gegensatz dazu scheinen von der Leyen's Maßnahmen wirkungslos zu verpuffen. Sie spricht von der Notwendigkeit einer europäischen Lösung. Doch die Realität zeigt davon, dass Brüssel zu langsam und zu bürokratisch ist, um diese Krise zu bewältigen. Die AfD hat von der Leyen in dieser Debatte scharf kritisiert. Sie sieht sich als Verteidigerin der deutschen Bürger, die von der Politik der offenen Grenzen schwer getroffen wurden. Von der Leyen, die in Brüssel agiert, weit entfernt von den alltäglichen Problemen der Menschen, wird von der AfD als Verantwortliche für die wachsende Unsicherheit und die Belastung der Sozialsysteme gesehen. Besonders in Deutschland hat die Zunahme der Asylanträge in den letzten Jahren zu einer spürbaren Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Doch von der Leyen bleibt bei ihrer Linie und ignoriert die wachsende Kritik. Der dramatischste Moment dieses Treffens war, als Orbán klarstellte, dass er die Politik von der Leyen's als gescheitert betrachtet. Europa braucht keine unkontrollierte Migration, sondern den Schutz seiner Grenzen und seiner Werte, betonte er. Von der Leyen, die für eine fortschreitende Integration und offene Grenzen plädiert, war kaum in der Lage, eine überzeugende Antwort zu geben. Dies zeigte deutlich das Machtungleichgewicht zwischen einer entschlossenen nationalen Führung und der schwächelnden Bürokratie der EU. Internationale Medien griffen diesen Moment auf und kritisierten von der Leyen für ihre mangelnde Durchsetzungskraft. Auf sozialen Medien wurden Videos und Kommentare weit verbreitet, die von der Leyen als unfähig darstellten, Europa aus der Krise zu führen. Viele erinnerten sich an ihre vorherigen diplomatischen Fehltritte, wie das berühmte Sofa-Gate mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, bei dem sie in einer diplomatisch peinlichen Situation zurückgelassen wurde. Nun schien sie erneut die Kontrolle über eine wichtige Verhandlung zu verlieren. Die AfD nutzte diese Gelegenheit, um sich als einzige wahre Oppositionspartei gegen die Brüsseler Elite zu präsentieren. Sie stellte klar, dass Deutschland unter der Führung von von der Leyen und der EU-Kommission an Einfluss und Wohlstand verloren habe. Besonders die wirtschaftlichen Folgen der Migrationskrise und der sogenannten Green-Deal-Politik wurden von der AfD scharf kritisiert. Sie warf von der Leyen vor, nicht im Interesse der europäischen Bürger zu handeln, sondern eine ideologisch getriebene Agenda zu verfolgen, die weit von den realen Bedürfnissen der Menschen entfernt ist. Von der Leyen's Green-Deal wird zunehmend als Bedrohung für die europäische Industrie wahrgenommen. Während die Ziele edel erscheinen mögen, haben sie in der Praxis zu steigenden Energiepreisen, Arbeitsplatzverlusten und einer immer größeren wirtschaftlichen Unsicherheit geführt. Die AfD hat darauf hingewiesen, dass von der Leyen, anstatt Europa voranzubringen, es in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Orbán wiederum hat gezeigt, dass es auch anders geht. Ungarn bleibt wirtschaftlich stabil und sicher, während Brüssel von Krise zu Krise taumelt. Zum Schluss wird klar, dass dieses Treffen mehr war als nur ein diplomatisches Gespräch. Es war ein symbolischer Schlagabtausch zwischen zwei Visionen für die Zukunft Europas. Auf der einen Seite Viktor Orbán, der starke nationale Führer, der entschlossen ist, die Subrda, die Souveränität seiner Nation zu verteidigen. Auf der anderen Seite Ursula von der Leyen, die technokratische EU-Präsidentin, deren Politik von vielen als gescheitert angesehen wird. Die Zukunft Europas wird davon abhängen, welche Vision sich durchsetzt. Die von Orbán, die auf nationaler Souveränität und Grenzschutz basiert. Oder die von der Leyen, die weiterhin auf offene Grenzen und eine zentralisierte EU setzt. Vielen Dank, dass ihr mein Video bis zum Ende angeschaut habt.